Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing des flatternden Blätzchens von 4th Street, also hier von Quantum, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, im Türchen Nummer 19. Genau. Oh, hoppala, fast in die Kerze geschmissen. Schauen wir natürlich auch erstmal nochmal obligatorisch in die Liste MFBUL. Da haben wir bisher einen Wert von 109,98 Euro. 6,11 Euro ist ja das durchschnittliche Türchen bisher. Genau. Und, das ist ziemlich voll. Keine Ahnung. Vielleicht auch ein Zubehör, flatternde Blättchen. Es gab von Quantum ja auch mal sowas, das so aus wie Ohrringe, was man halt quasi an Gummiköhle oder sowas ranhängen kann. Ich bin gespannt. Oh, da sieht es schon ein bisschen wild aus im Türchen. Nein, das ist natürlich ein kleiner Shatterbait. Oh, da haben sich aber Mühe gegeben, den hier so reinzufalten. Man sieht jetzt nicht mehr ganz so cool aus, aber ist jetzt auch nicht so wild. 10 Gramm Hakengröße 1,0 Green Pumpkin, also hier schön ein Shatterbait. Mal schauen wir uns auch mal an. Mal gucken, schnell noch was drauf. Nö, außer Green Pumpkin und die Größe und das Gewicht muss eigentlich auch nichts weiter draufstehen. Da muss ich mal sagen, werfen wir da mal einen Blick rein. Kennen Sie jemanden, der Reince heißt. Ja, da komm schon. Die Nachrichten verzögern sich ein bisschen. So, da ist er. So, auch was heißt interessant, ob es was bringt, weiß ich nicht, aber es ist halt nicht nur so ein gestanztes Blatt hier vorne, also diese Blades, sondern die ist noch mal hier mit so einer Wulst. Weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwas für das Laufverhalten beeinflussen soll oder kann. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch einfach nur, aber wir dachten, wir machen kein glattes Blatt. Wir machen jetzt hier mal eins, was ein bisschen besonders aussieht. Wir haben auf jeden Fall einen mattierten Kopf. Der wird sicherlich nicht aus Tungsten sein. Wie viel Gramm wiegt der? 7 Gramm? 10 Gramm? Ne. Also der ist sicherlich ganz normal. Hat ja nochmal so einen kleinen Haken. Schützer, wir uns ja nicht verletzen. Gucken mal. Ja, der ist eigentlich ganz okay. Ja, schöner kleine Shatterbait hier für die Barsche. UV-Aktiv. Jopp, hatte auch ein paar Fransen hier. Die mit dabei sind. In der Mitte. Ja, kann man machen. Auch ein schönes Teil hier. Also für den UL-Kalender sicherlich passend, um große Barsche zu ärgern. Kann man machen. Ja, auch ein schönes Türchen. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns später. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy. Musik Musik Musik